Weisst du, ich weiss nicht, ob das so eine Therapie für mich ist. Es kann sehr gut sein, dass ich für die FIFA nach 1-2 Anzeiten angekommen muss, so bang der Plotini endlich im Gefängnis ist. Sepp, mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Ich habe auch gemerkt, im Nationalen Alltag ging es noch lange weiter. Plötzlich ist alles wie nicht. Von dieser Rentnertherapie habe ich nur Gutes gehört. Das ist eine Private, die es macht. Ah, Herr Portoluzzi, Herr Plattor. Pünktlich, das ist schon mal ein guter Anfang. Grüezi, Frau Fülscher. Guten Tag. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, also, Frau Dr. Fülscher, ich bin eigentlich noch nicht wirklich pensioniert. Quasi also noch mitten im oktiven Briefslevel. Bitte. Nein, nein, das war noch nicht nötig. Sie können dann am Schluss zahlen. Das wäre nicht in Bezahlung. Das wäre nur so ein kleines Zeichen für meine Wertschätzung, für mich. Jetzt spann dich doch mal, Sepp. Du bist ja wieder das letzte Mal am Arbeitsalltag. Ach, Arbeitsalltag. Das ist genau unser Thema unserer ersten Sitzung. Für alle, die sich das aktive Berufsleben langsam am Ende zuneigt, ist es sehr wichtig, auch die Vorteile der Pensionierung schätzen zu lernen. Darum möchte ich Ihnen jetzt eine Person vorstellen, die sich vom Arbeitsleben erfolgreich emanzipiert haben. Herr Hinz, bitte ich Sie. Hoi zusammen, ich bin Fredi. Hey, dich kenne ich. Du hast, glaube ich, im Moment so richtig Stress wegen Betrug und so. Das hätte ich euch übrigens vor Jahren schon sagen können, als ich mal an einem Auspuff von einer VW-Diesel gehe, gesniffen, dass das ganz hart der Stoff ist. Hey, Moment. Ich bin nicht von VW. Nicht. Audi. Vivo. SVP. Sehr schön, dann haben sich jetzt alle vorgestellt. Herr Hinz verfügt über eine langjährige Rücktrittspraxis. Vielleicht möchte er uns etwas erzählen. Ja, ich komme eigentlich schon nach meiner Schnupperlehre als Hilfsapotheker früh pensionieren lassen. Ich musste einfach akzeptieren, dass wir für das stressige Arbeiten einfach so ein ... ... Dings, so ein ... Dingsfeld, ein ... Hirnlampe. Genau. Ich sehe schon, Herr Hinz, dass für euch die Welt ohne Arbeit viel Butter ist. Aber von mir aus muss ich sagen, wir wurden nur schon diese vielen internationalen Ehrigen und diese Staatsoberhäupter, die ich sehr vermisse, weil ich doch immer sehr gerne von denen empfangen werde. Das kommt drüber hinweg, Sepp. Mein Hauptsärlebert empfangt mich ja auch nicht mehr. Mich empfangt ja nicht einmal mit den Pfarrern selber. Gut, da haben wir ja schon eine gemeinsame, schöne Erfahrung vom Loslassen, vom Abschalten ... Und ... Das nützt meiner Meinung nach nichts, Frau Doktor. Ich sehe dem Herrn Hinz doch an, dass er ein Cannabis-Sopfer ist. Nein, das stimmt nicht. Ich bin ein Asbest-Dompfer. Das ist ein Fall von der Suma bestätigt. Ich komme ja eine Entschädigung über, weil ich ja früher die Asbestplatte geraucht habe. Entschuldigung, ich muss leider gehen. Ich muss mich entschuldigen, weil ich darf nicht allzu lange am gleichen Ort verweilen, weil ich könnte ja von der amerikanischen Drohne gegortet werden. Nicht für ungut, Frau Fäuser. Sie haben das für eine Frau gar nicht so schlecht gemacht. Aber ich bin noch nicht so weit. Vielleicht lasse ich mich als Zweiter SVP-Bundesrat aufstellen, um die Fraktion etwas zu ärgern. Du, Moment. Hast du mir nicht noch zwei ... ... überhört? Ich habe es so gut tun. Das würde jetzt also faul eh nie machen.